Die Sparkassen Fairplay Soccer Tour hat an diesem Donnerstag im OSL-Kreis Station gemacht. In der Blau-Gelb-Arena der TSG Lübbenau trafen allein am Vormittag 51 Teams mit Spielerinnen und Spielern zwischen 6 und 13 Jahren aufeinander. In mehreren Partien kämpften sie dabei um gleich zwei Titel. Gesucht werden bei den Turnieren neben den sportlichen Siegern auch die fairesten Teams. Das Projekt ist zu einem der größten sportpädagogischen Events Deutschlands herangewachsen, so die Initiatoren. Gleichzeitig ist es die Deutsche Meisterschaft im Fairplay Soccer. Der Fairplay-Gedanke gilt dabei nicht nur für die sportlichen Wettbewerbe, sondern auch für Projekttage und Workshops der Partnerschulen. Mehr zur Sparkassen Fairplay Soccer Tour sehen Sie ab kommendem Dienstag hier bei Seenluft 24.